Adcontroller.rendeik.atile 8 Oberwiesenthal-Leipzig, Deutsche Presseagentur-SN Minus bei Minusgraden haben Wintersportler in Oberwiesenthal am Samstag noch einmal die guten Bedingungen für die Abfahrt am Fichtelbeck genutzt, 40 cm Schneehöhe oben und 30 cm im Tal. Andrang gäbe es nicht es seien einige Tagesgäste und Urlauber da, sagte der Chef der Fichtelbeck-Schwebebahnrenne Lötzsch der Deutschen Presseagentur. Skier- und Snowboardfahren seien möglich, der Rodelhang wie die Lippen aber nicht mehr präpariert. Ein bis 5 cm Neuschnee habe am Freitag die Pisten noch ein bisschen bezuckert. Ein Zwischenhaus sorgt derzeit dafür, dass es trocken bleibt, sagte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig. Im Flachland sei es mit Werten um 5 Grad relativ kühl für Anfang April. Auch am Sonntag werde sich an der Situation zunächst nichts ändern. Die Nacht zum Montag werde wieder frostig. In der kommenden Woche sei zwei Milderungen in Sicht aber es wird unbeständig, mit Regen sowie frischem bis starkem Wind. Auf dem 1215 Meter hohen Fichtelbeck ist Sachsens größtes Skigebiet letztmalig am Sonntag geöffnet. Copyright Deutsche Presseagentur Info.com Deutsche Presseagentur Doppelpunkt 220402 99 770 3922